Das ist normal, wobei jeder weiß, was ich schon seit einem halben Jahr sage. Ich will mich da auch nicht entschuldigen, aber ich weiß einfach, dass es sehr schwierig ist. Und jetzt schauen wir mal weiter. Aber die Mannschaft hat überhaupt nicht gekämpft. Ja, wir können auch zehn Minuten so reden. Ich kann Erklärungen finden, die schneiden sich nachher sowieso wieder raus. Ich sage nochmal, ich bin nicht zufrieden, weder mit dem Spiel noch mit dem Ergebnis. Das ist auf einen Nenner gebracht.